Sechs Gründe, dass jeder einen Hund haben kann. Erstens, man bleibt sportlicher. Zweitens, es muss klar sein, welche Rasse. Drittens, Training mit den Hunden ist nicht so schwer, wie immer alle sagen. Viertens, man kann nicht alleine auf den Hund aufpassen. Man braucht dafür auch die Eltern, wenn man ein Jung ist. Man braucht ein bestimmtes Alter, um sich ums zu kümmern. Sechstens, Hunde sind einfach so süß. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020